hallo freunde auf meinem kanal ich zeige euch heute ein video von lego technik mit den straßen baufahrzeugen das habe ich mir gekauft bei du shop und das ist das lego set und da kann man das verbauen mit das heißt mini streufahrzeug mit schneepflug kann man auch noch verbauen zu den also das hier gesamt beträgt das hier das sind also zwei anleitungen dabei für das oder das für was entscheidet ihr euch für was würdet ihr euch entscheiden für das mini streufahrzeug mit schneepflug oder für die straßen baufahrzeuge ihr könnt mir in die kommentare schreiben also mir gefällt dass ihr auf der seite mini schneepflug mit schnee das heißt mini streufahrzeug mit schneepflug das gefällt mir am meisten hier ist auch noch eine online anleitung hier kann man das öffnen zwei sachen und ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja geht den daumen nach oben abonniert meinen kanal und schreibt viele kommentare dann würde ich mich sehr herzlich freuen dann bis zum nächsten video ciao